Der Vorteil ist sicher die ganze Datenvernetzung. Es macht Sinn in der heutigen Zeit, dass einer den Datenpool sammelt und bearbeitet. Und wir als Schreinerei profitieren natürlich auch eins zu eins von den Datenaustausch von anderen Schreinereien, wie sie das gerne hätten. Und so ist man immer auf dem neuesten Stand natürlich. Es ist eine innovative Partnerschaft, in der man zusammen wachsen kann und die uns alle eigentlich so vorwärts bringt. Jeder bringt eigentlich wieder einen Input hinein. Man hat so eigentlich immer bessere Lösungen. Und man wächst so gemeinsam.